Hallo, hier ist der Martin von MoneyBank, hier ist das die DAX-Anlöse für nun Donnerstag, den 26.11.2020 und es ist Thanksgiving. Ja, also in Amerika wird man feiertagsbedingt verkürzten Handel haben, werden aber auch sehr wahrscheinlich viele Marktteilnehmer einfach dem Markt fernbleiben. Damit dürfte sich das wie die ganzen Tagi eher ruhig gestalten. Ja, da fehlen mir kurz die Worte. Wir haben gestern gesagt, man solle gucken, wie er reinkommt, aufwärtsgib, abwärtsgib, wir sollen gucken, 9 Uhr, wohin treiben. Gerade wenn ich da an die letzte Minute vom Video denke, gucken sie, ob der 9 Uhr schöne, druckvolle, kraftvolle, volumenuntersetzte Bewegung nach oben bringt oder nach unten. Und das sollte so ein bisschen die Tendenz für den Tag vorgeben. Wir hatten gesagt, wenn er zurückrudert, wird er bestimmt im Bereich von 200 einlaufen. So ein bisschen vorher abgestorben, ja. Ja, 236 gerade mal geworden, irgendwie eben nirgendwo gedreht. Wieder zurück an der oberen Rangekante unter der 300 geschlossen, wenn ich das richtig sehe. Puh! Was mache ich mit ihnen? Was mache ich mit ihnen? Die können wir eigentlich... Puh! Ja, ich bin sprachlos. Nee, wir können hier nichts sagen, also nichts Neues mitnehmen. Wir haben... Ich würde den Trigger gerne ein bisschen weiter hochziehen. Es ist einfach jetzt Donnerstag. Donnerstag, das schaukelt immer mal ein bisschen gerne an beiden Seiten. Denkbar wäre, Tagestief vom Mittwoch nochmal ausloten. Denkbar wäre auch dieses Eröffnungshoch hier einfach nochmal ausloten. Also zwischen den... Ich würde mal denken, zwischen der Spanne vom Tageshoch am Mittwoch und Tagestief am Mittwoch. Das dürften nun zum Donnerstag die Eckpunkte werden, zwischen denen hinterher pendeln könnte. Wie gesagt, etwas weniger Bewegung darf man durchaus erwarten, Feiertags bedingt. Sollte per Stundenschuss aber drüber gehen über die 350, wäre das dann letztendlich ein Kaufsignal. Das wäre dann ein aktivierter Long Trigger mit Zielen auf 400 dann, 450, 500. Bitte vergessen Sie auch nicht, das ist nicht viel. Das sind nicht viele Punkte. Auch wenn der DAX die letzten Tage extrem träge unterwegs ist, aber so 250 Punkte am Tag. Das schafft uns der DAX aus der Kalten halt. Also da muss... Vielleicht nicht auf uns diesen Feiertag, aber das schafft er ja. Das schafft er manchmal sogar alleine zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr nochmal hinten rauszuschieben. Also das darf man nicht unterschätzen, 250 Punkte sind von dem Status hier bis, ich sag mal, 13.040 runter und oben, ja, das schon eher in die 55 rein. Und damit sind wir genau an den Punkten, die hier immer wieder wichtig sind. Es ist erreichbar, wenn der DAX mal durchstiebt. Jeden Tag sollte man ein bisschen auf dem Plan haben. Allerdings eben erst, wenn er über die Trigger dann halt auch per Stundenschuss schön rausgeht. Das hat er nicht getan. Er ist noch weiter im Seitwärtsmodus. Kriegt hier irgendwie nicht so richtig die... Ja... Kriegt hier nicht so richtig die Zündung gedrückt. Weiter seitwärts. Wir haben neue Hochs bekommen. Sehen wir nicht, dass da jetzt die Käufer sich drum schlagen, hier jetzt noch reinzukommen. Sehen wir nicht. Sehen allerdings auch nicht wirklich, dass jemand verkauft. Das ist halt eher mehr so eine abwartende Haltung, so eine zurückhaltende Wartung. Zurückhaltende Wartung ist auch eine nette Wortkombination. Eine zurückhaltende Passivität letztendlich auch, die wir sehen hier halt. Also da fehlen definitiv Impulse, wahrscheinlich politisch wie auch charttechnisch am Ende. Also wir nehmen mal die 350 oben ein bisschen ins Visier. Wir nehmen unten die, was war das hier, 230, 250 unten ein bisschen ins Visier. Dazwischen springt er wahrscheinlich hin und her, kann auch mehrfach hin und her laufen. Und ein Stuttenschuss drüber, ein Stuttenschuss drunter. Das würde dann Potenzial entfalten. Unten eben mal auf die 190, 170 runter und dann eben tiefer auch 13,100, 13,40. Und wenn er oben drüber lunzt, dann eben die 13,400, 13,450, 13,500. Das sind die nächsten Ziele. Insofern können wir das hier zumachen. Nikai, ansonsten haben wir ja die letzten Tage immer wieder davon gesprochen. Der hat jetzt das 61 Retracement da auf Monatschart eben angelaufen. Interessante Stelle. Sollte man jetzt immer mal ein bisschen im Blick behalten, den guten Kerl, wie der sich in dem Umfeld hier dann schlägt. Sollte der dann anfangen, richtig aggressive Kerzen irgendwie mal nach unten wegzuspucken, könnte sich da einen Short anbieten dann. Und ansonsten, ja, läuft er oben drüber. Dann muss man ihm halt Zeit geben. Vielleicht macht er es dann auf Wochenebene und verteidigt es. Aber er war sehr genau dran gewesen in der Mittwochnacht, in der Mittwochnacht hoch, hat er da sehr genau angeschlagen. Also das ist was, das sollte man mal mit im Hinterkopf behalten. Das ist eine interessante Stelle, die dort drüben angeschlagen wird, für den Fall der Fälle. Den handelt jemand da, also kann ja was sein. Gut. Ja, brauchen wir, können wir hier zumachen. Können auch mal kurz einen Tagesschat gucken. Aber die Kerzen, die sind halt alles so nichtssagend. Ja, ja, Doji. Das ist eigentlich eine Kaufsignalkerze, ne. Schön close auch gesetzt über dieses Vortag, also über die letzten Hochs. Eigentlich eine Kerze, wo auch eine lange grüne Kerze folgen könnte. Nix geworden halt. Inside Day, Doji, Unsicherheit drückt so eine Kerze aus. Können wir noch warten halt, ne. Stück für Stück, Stück für Stück. Können wir uns das angucken, wie er sich entweder Stück für Stück weiter hochschiebt. Oder dann eben mal harte Kotter und Kerzen nach unten wirft. Ja, aber hier können wir jetzt, brauchen wir nicht länger um den heißen Ball rumreden. Das sind die wichtigen Punkte. 2, 3,50, die 2,50 und die 3,100. Das wird wohl zum Donnerstag hin und her gespielt. Gucken so ein bisschen, wenn er Stunden close drüber oder drunter setzt. Also über die 3,50 und ohne die 2,50, 2,30. Dann gehen da ein bisschen Potenziale noch auf. Ansonsten seit Wettstag ein Plan, Feiertag USA. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelegen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.